Wie war es für die Platzierung? Also, wir sind vollständig zufrieden. Und jetzt heute Abend? Ich meine, die Argentinier haben gestern nur knapp verloren gegen Brasilien. Da müsst ihr ja klar gewinnen, wenn man sich das 3-0 heute angeguckt hat. Ja, das ist hier, ich stelle alles ziemlich nah beieinander. Ich denke mal, da wird Tagesform entscheiden. Wir haben aber schon gezeigt, eine Vorbereitung sind die Testspiele, dass wir die Brasilianer schlagen können. Und das versuchen wir natürlich heute Abend wieder zu machen. Alles klar, vielen Dank.